Ja, ich bin ganz Platz 1, Peabody, auf CIF 115, siehst du das? Sarah Carrigan 20 bin ich jetzt. Was? Sarah 22... 20? Haben die das umbenannt? Böse Hexe des Westens, Bowser, Mandarinen, Ganondorf. Ich weiß ja nicht genau, wovon du redest. Ja, von den Namen, von den quasi Bravo 1, das ist ja sonst immer so Explosive oder sowas, weißt du was? Und die haben uns umbenannt. Du bist auch auf C1, ne? Was steht denn bei dir, wo du links geklickt hast? Alpha. Und was genau mit deinem gelben Namen? Civi 115. Dann, der nächste? Jack Torrance. Ja, und weiter? Dr. Doom. Ja, und weiter? Red Skull. Ich mein ja nur, das soll witzig sein. Das find ich witzig. Findest du nicht witzig? Doch, das ist wirklich witzig. Achso. Guck mal, Dr. Zenf ist auch da. Ist aber kein Doktor. Und hier, was ist denn mit, äh, Günther Kleinfinger? Und Sherlock Holmes ist aber da. Oh, oh, die kenn ich. Und ganz oben hab ich Johnny Shithead. Hätte ich doch Pee-Buddy nennen sollen. Pee-Buddy und Shithead. Ich heiße auch Pee-Buddy. Achso. So meinst du das. Pee-Buddy und Johnny Shithead, ja. Geil. Johnny Shithead? Ja. Willst du den bei dir? Johnny Shithead. Ja, ich war, ich war Johnny, ich war Dr. Kacke. Wieso bist du Dr. Kacke? Du bist sogar kein Doktor. Du meinst, ey. Was, was denken die Leute sich eigentlich? Ich muss, ich, eigentlich ist es doch cool ein Alias zu haben im Internet. Aber dann nenn ich mich doch nicht Fabi. Oder Frede, ist auch gut. Server startet in fünf Minuten neu. Alter, ich bin noch nicht mal, ich bin noch nicht mal fertig mit Laden. Ich jetzt gleich. Du hast dich mit dem Namen Atlas versucht einzulogen. Der Name ist mit Forza auf den Zerber hinterlegt. Was? Wir gehen, wir gehen heute, wir gehen heute mal als wir selbst, okay? Nein, nicht als wir selbst, sondern wir spielen uns selbst. Weißt du, wir können, wir sind nicht Pee-Buddy und Atlas von Portal, sondern wir sind Delta und Forza von den Sucht-Probis. Kennst du die? Delta, hallo. Na, wenn, Forza. Wie findest du meine Kleidung? Hast du einen Durchblick oder was? Sag mal, sag, wann habe ich einen neuen Kopf? Guck mal, ich habe keine Haare mehr. Ich bin jetzt jemand anders. Hast du ein Auto? Hast du ein Auto? Ich habe alles. Ich habe es geahnt. Ich habe eins. Ist aber gerade nicht bereit. Geht rauszukommen aus der Garage. Hallo. Ähm, wir brauchen was von dir. Wir brauchen etwas von dir. Bitte. Hast du ein Auto? Ähm, mit vier Rädern. Ja. Ja, habe ich nicht. Doch. Du hattest hier einen heftigen Hammond, man. Du siehst auch voll rich aus, man. Du hast auch zwei Handschuhe und so. Ah, ich habe doch gar keinen. Was? Nicht so. Ich habe dir doch gerade gesehen, wie du in die Garage gefahren bist. Das habe ich aber auch gesehen. Nee, das kann nicht sein. Ich bin ein armer Mann. Hast du denn eine Mitfahrgelegenheit? Nee, ich bin zu Fuß. Kannst du uns mitnehmen? Also auch nicht. So, äh, hallo? Du brauchst den nicht einparken. Wir nehmen den gerne. Schon okay. Ah, Jungs. Lkw würde auch gehen, oder? Ja, Lkw geht auch. Ja, dann nehmen wir den Lkw. War perfekt. Achso. Ja, wir fahren auch mit. Gut, äh, ja. Wie viel? Lass mal ein Auto kaufen jetzt. Weil der Ton zu laut ist, ne? Ja, aber ich will auch. Ich hätte halt gerne irgendwie trotzdem ein bisschen Ton, weißt du? Sonst komme ich mir vor, als ob ich... Ich muss die Effekte leiser machen, einfach. Boah, da ist nachgestorben. Was ist da gestorben? Du bist gestorben. Ja. Neun Feuerwehrleute verfügbar. Ich rufe die jetzt. Alter, was machst du denn auch? Wie blöd muss man denn sein? Und was hast du gesagt, du bist da gestorben? Affe? Ja, bei mir. Boah. Ja, das war ich wahrscheinlich, der sich dann gerade das Genick gebrochen hat. Das sieht aber echt aus, als ob das das Genick gebrochen hat. Ich seh nicht, Mann, was? Du bist auch eins. Hilfe, 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 Hilfe. Ey, hier ist gerade die Sicht. Hey. Was? Feuerwehrleute. Feuerwehrleute, der hat gerade vorbeigehört. Echt jetzt? Ja. Fahren, meine ich. Kann man spontan eine Gruppe machen? So ganz spontan. Will, vielen Dank. Boah. Du Schüsse. Aber hier, dem Herrn geht's auch noch nicht so gut. Was ist denn hier passiert? Der Herr hier hat uns von der Straße abgedrängt. Okay. Ja, die sind auch hier bewaffnet. Also ich... Haben sie noch ein Pflästerchen für mich? Mit einem Kuss? Ja, klar. Ja, ohne Kuss. Ohne Kuss, ja, dann werde ich ja nicht gesund. Boah. Soll ich mal den Reifen hier noch reparieren? Und die Scheibe, das wäre auch ganz nice. Wenn du das machen könntest, dann wärst du der Mann des Tages. Zumindest Mitarbeiter der Stunde. Ich bin... ...der Mitarbeiter des... Ja, was? Ne, lass ihn mal. Ich hab gesagt... Du kannst ihn nicht ganz verstanden sehen. Fertig. Ich hab gesagt, fertig. Ich hab gesagt, ich bin der Mitarbeiter des Jahres. Ach so. Jahres. Ja, ich bin Delta. Das ist mein Kollege Forza. Hi. Moin. Sehen wir so arm aus? Naja, ich werde jetzt nicht unhöflich sein. Aber? Aber ich bin schon, ja. Tut mir leid. Welches Boot ist das schnellste? Das Schnellboot. Hört sich an wie ein Flachwitz, weißt du, im Chat. Welches Boot ist das schnellste? Das grüne. Jetzt fahr mal schneller, Mann. Der rammt dich doch nur von der Straße. Alter, Alter, Vorsicht. Oh, korrekt. Ja. Vorsicht! Wieso fahren die jetzt beide da außen und außen? Das sind wie Elefanten, die auf Jagd nehmen. Genau. Ah, ah! Oh mein Gott! Was ist jetzt? Was ist passiert? Ein oder so. Was ist das denn? Vorsicht, da ist der Unfall. Rettet sie. So schneller als ich. Was soll das? Baum fällt. So, dann das ist ja nicht alles richtig. Setzen sie doch noch im Auto. Hast du ein Toolkit? Ja. Ja, lass das fahren, Mann. Wir treffen, wir holen dich in Kavala wieder ab. Taxi. Wo willst du denn hin? Ja, nach Hause, nach Kavala. Du brauchst ein Taxi? Alter, ich brauch eher eine Brille, aber ich kann das nicht lesen. Du brauchst ein, ja, stimmt. Was würde passieren, wenn wir ihn jetzt die ganze Zeit verfolgen würden? Würde der sich irgendwann auch erschrecken, weil er uns auf einmal entdeckt? Der Taxifahrer? Taxi, oder siehst du da? Taxifahrer. Ne, das ist so ein... Das sind diese neumodischen Taxis, weißt du, die von alleine fahren. Guck mal, das... Was weiß ich, wenn ich hier stehen bleib? Das stößt du. Ja, ich hab Angst. Wer als der letzte... Wer als der letzte stehen bleibt. Ha, 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 klick! Hast du Leben verloren? Nein, hab ich nicht. Aber du bist hab ich geploppt. Geil, das war ja ohne Absicht. Nein, falsche Taste! Weg, 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 weg. Falsche Taste, was ist das für ein Mongo? Wie die der Tank ausgehen, weil er keine Zeit ist. Aber jetzt ist gleich Ende, glaub ich, hier. Ist mir witzig, wenn er das gleich umholzt. Oder wenn er da so reinbuckt und er irgendwie in den Wald da hinten fliegt, weißt du? Also zurück da hinten. Ja. Oh, pass auf, wenn der kommt. Polizei oder so. Ey, 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 ey. Oh, fuck. Guck mal, der steuert genau durch, durch die Öffnung. Haben Sie, haben Sie sowas schon mal gesehen? Das ist ein Taxi in freier Wildlaufbahn. Hallöchen! Hi, Freund. Gucken Sie mal. Sie haben nicht zufällig ein Reparaturkit für unser Auto? Aber lassen Sie das mal, lassen Sie mal, lassen Sie mal. Das Taxi ist scheu. Das nächste Mal müssten wir vielleicht da mal den Gang rausnehmen, einfach. Was ist denn? Was haben Sie eigentlich mit der Taxi gemacht? Also ich meine... Ähm... Sollen wir vormachen? Schlecht behandelt. Komm, Delta, setz dich nochmal rein. Gib mir mal einen Klaps auf den Popo. Mach mal ein. Komm mal, mach mal. Und jetzt läuft der wieder ein Tag. Also da können Sie hinten Ihre Oma oder so ran schnüren und die ist dann am nächsten Tag ein Kavala. Und tot, achte. Aber das weiß ich ja schon vorher. Ihr könnt natürlich gerne auch Ihre Frau oder so ran schnüren. Auch eine neue Art der Abtreibung. Das ist die kurze und schmerzvolle Weise. Warten wir ein bisschen länger, wa? Ja, kurz. Ne, stimmt, lang. Nicht kurz. So, wollen wir das? Naja, jetzt mal ernsthaft. Also habt ihr... Ja, habt ihr... Habt ihr ein Reparaturkit irgendwie dafür, dass er ein bisschen schneller scheu sein kann? Ja, natürlich. Echt? So was haben Sie? Weil wir nicht. Ich bin Mechatroniker gewesen. Ja. Gewiesen. Was sind Sie jetzt? Ja, Praktikant bei der Polizei. Ich bin nicht ein schießwürdiger Polizist. Woran erinnert mich das gerade? Ich musste meine Lust stellen. Ungefähr so aus. Was machen Sie da? Das ist der Arm. Du Scheiße. Was machen Sie da? Ja, es kann ich... Es kann ich immer vollkommen... Oh Gott. Muss schießen, bitte. Das Taxi, Alter. Ich hab mich wieder beruhigt. Das fährt auch irgendwie immer so Wege, ne? So... Puh. Ich hab diese Anfälle. Schrecklich. Oh, was ist der Auto? Hauptabend. Das Taxi! Sie müssen auch da reden. Sie geraten noch unter die Pfoten von dem Taxi. Hier spricht die Polizei. Sofort stehen bleiben. Wir können sich das vorstellen. Und wir haben Angst, ob wir sterben. Hoffen, die kontrollieren die nicht den Fahrer. Ich bin mit Katze. Oder meinen Führerschein. Was ist ja gar kein? Ne, das ist ja das Ding. Das wäre witzig, wenn der richtig Gas gibt und einfach weg ist. Zack. Oh. Na, immerhin ist er heil. Scheißkarre. Ich bin dafür, dass wir eine allgemeine Drogenkontrolle durchführen. Alles klar. Sie haben schon so geweihte Pupillen. Allgemein ist halt, alle machen mit. Das können Sie auch nicht mal raus. Dann fangen Sie schon mal an. Alle machen mit, außer wir, genau. Soll ich auf den Strich gehen? Testen Sie uns auch auf HIV und so. Damit wir weiter im Freundenhaus entrollen können. Schöne HIV-Impfung. Also wir müssen mal ganz kurz. Einfach mal schnell sein. Ihr seid schwul? Ja, ich mach da mal einen neuen raus. Da kommt schon unser Drogenspülhund. Das wird mir echt zu heikel hier. Boah. Ja, eigentlich ist der eine der wieder nicht mehr weggekalkt. Ich glaube. Funfact. Funfact. Das Taxi gehört gar nicht uns. Das Taxi, das haben wir. Das war ein schlechter Witz. Wie sich das... Wie sich das... Nee, das war ein schlechter Witz. Denk mal alle vier ab. Ich hab mir das Taxi voll los. Nee, komm mal mit. Das ist nämlich nicht das einzige Taxi, was hier ist. Komm. Hier. Ich glaube, der ist AFK oder so. Ich fahr einfach los. Check out. So, gucken. Sehen Sie da hinten die Halle? Hat er es echt nicht mitgekriegt? Da haben wir alle unsere Taxis. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.